Ich habe ein schmuddeliges T-Shirt an, Leonie. Hast du das bisschen kaschiert? Du bist jetzt auch noch mitgebracht. So, jetzt gehen wir. Gibt es noch mal. Kannst du nicht mehr im Geil sehen? Ja, ich weiß. Das war schon echt ein bisschen traurig. Das ist lustig. Ja, ich weiß nicht. Das ist immer so ein bisschen. Okay.